Die Zeiten sind nicht mehr das, was sie einmal war. Das Leben ist ständiger Angst und das Erschaffene ist furchtbar. Doch herkommt das alles? Ist es Neid? Wir sind seit Wochen auf der Flucht, nie wissend, was uns erwartet. Dabei arbeiten wir an einem neuen Berg, das alle Erwartungen in den Schatten stellen wird. Können wir euch vertrauen? Seid ihr auf unserer Seite? Zusammen die Magie des Märchens wieder errichten? Wir können es schaffen, wieder Frieden und Freude in die Märchenwelt zu bringen. Doch dafür sind wir auf Hilfe angewiesen. Kleine Prinzessinnen können wir nicht gebrauchen. Wir benötigen starke Männer mit Nerven aus Stahl und Muskeln, so stark wie ein Bär. Genau solche Männer, wie ihr es seid, liebe Jungwächter. Wir lebten in Frieden und gingen unserer Arbeit nach. Doch eines Tages kamen immer Bursche aus dem Dorf und brachte uns eine traurige Nachricht. Wir werden gesucht. Unser Werk würde in Frage gestimmt werden. Wir sollten verschwinden. In der Schuze der Dunkelheit packten wir unsere Sachen. Wir mussten unser Werk verstecken, um es vor den Göstern zu schützen. In der Ferne sah man Lichter. Man konnte spüren, das Böse. Wir verstecken unser Werk an einem sicheren Ort. Könnt ihr uns helfen, es wiederzufinden, es zu retten und es in Frieden zu gebrauchen? Wir müssen uns helfen, es möglichst richtig begeistert, oder? Untertitelung des ZDF, 2020